Neben mir sitzt Stefan Bertelsmann und Stefan ist hier derjenige, der beim SV Bad Lahr seit Jahrzehnten, kann ich sagen, alles in der Hand hat, alles in der Hand hat und organisiert und macht und tut und ich bin auf der Suche nach dem weltbesten Kinder- und Jugendtraining und da wollte ich mal gucken, ob ich das weltbeste Kinder- und Jugendtraining hier bei dir finde und da gucken wir einfach mal, was du heute so im Angebot hast für Übungen und für Mannschaften und da bin ich sehr gespannt. Ja, okay. Vielen Dank.